Im Rahmen von Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man den Fehler erster und zweiter Art für einseitige und zweiseitige Signifikanz-Tests bestimmen kann. Beim Testen von Hypothesen kann die Nullhypothese akzeptiert oder verworfen werden. Dabei können natürlich Fehlentscheidungen vorkommen. Bei dieser Fehlentscheidung treten zwei Arten von Fehler auf. Einmal den Fehler erster Art, wenn die Nullhypothese verworfen wird, obwohl sie richtig ist. Oder den Fehler zweiter Art, wenn die Nullhypothese akzeptiert wird, obwohl sie falsch ist. Für den Fall, dass diese Sätze schwer zu verstehen sind, können wir das Ganze natürlich auch tabellarisch darstellen. So sieht das in Tabellenform. Also wir schauen als erstes rechts oben, da ist die sozusagen die Wirklichkeit und in Wirklichkeit kann die Nullhypothese wahr oder falsch sein. Jetzt links unten. Die Nullhypothese kann natürlich verworfen werden oder akzeptiert werden. Und jetzt erkennen wir halt die Fehler. Wenn die Nullhypothese wahr ist und sie verworfen wird, dann haben wir hier an dieser Stelle den Fehler erster Art. Und wenn die Nullhypothese falsch ist und sie akzeptiert wird, dann haben wir hier an dieser Stelle den Fehler zweiter Art. So kann man sich das Ganze auch vorstellen. Wie genau die Wahrscheinlichkeiten für den Fehler erster und zweiter Art bestimmt werden, werde ich anhand von Beispielaufgaben zeigen. Es ist meiner Meinung nach so leichter zu verstehen. Und jetzt zu unserer ersten Beispielaufgabe. Die Nullhypothese H0 mit P gleich 0,5 wird bei einem Stichprobenumfang N gleich 25 auf dem Signifikanzniveau 5% linkseitig getestet. Wenn maximal 7 Treffer erzielt werden, wird die Nullhypothese verworfen. Also wir merken, der Test wurde hier schon durchgeführt. Deshalb theoretisch haben wir schon den Annahme- und Ablehnungsbereich für die H0hypothese. Die erste Aufgabenstellung lautet, bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art. Naja, in erster Reihe sollten wir wissen, was dieser Fehler erster Art ist. Deswegen so eine Art Definition. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art ist dasselbe wie die Irrtungswahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit des Ablehnungsbereichs. Okay, was müssen wir aus diesem Satz mitnehmen? Fehler erster Art und Irrtungswahrscheinlichkeit ist das gleiche. Und um die zu bestimmen, müssen wir einfach nur die Wahrscheinlichkeit des Ablehnungsbereichs ausrechnen. Deshalb, anhand der Aufgabenstellung oben, versuchen wir uns vorzustellen, oder besser gesagt, wir lesen raus, wie der Annahme- und der Ablehnungsbereich von H0 definiert sind. Also das steht da oben, wenn maximal 7 Treffer erzielt werden, wird die Nullhypothese verworfen. Das bedeutet, 7 ist die obere Grenze des Ablehnungsbereichs. Ich fange auch damit an. Also Ablehnungsbereich wird gewöhnlicherweise mit A' gekennzeichnet. Und das bedeutet, bei einem linkseitigen Test geht er von 0 bis zu dieser 7. Und der Annahmebereich, einfach mal vollständigkeitshalber, eigentlich brauchen wir ihn nicht wirklich hier an dieser Stelle, geht dann von 8 bis 25. Wie bereits hier angedeutet, wir brauchen die Wahrscheinlichkeit für den Ablehnungsbereich. Das bedeutet für uns, P von x kleiner gleich 7. Und dieser Befehl kennt der Taschenrechner. Abhängig vom Taschenrechner ist das entweder die kumulierte Binomialverteilung beim Casio-Taschenrechner oder Binomial-CD oder CDF beim Texas-Taschenrechner. Und wenn ich das Ganze in den Taschenrechner eintippe, dann kommt raus 0,0216, was wiederum 2,16% bedeutet. Und diese Irrtungswahrscheinlichkeit muss natürlich geringer sein als unser Signifikanzniveau. Das ist sie auch. Das Signifikanzniveau zur Erinnerung ist die maximale Irrtungswahrscheinlichkeit. In unserer zweiten Aufgabenstellung suchen wir natürlich total unerwartet die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art, falls die Trefferwahrscheinlichkeit diesmal 0,45 beträgt oder 45%. Ihr seht, bei dieser Fragestellung hat sich die Anfangswahrscheinlichkeit von 50% oder 0,5 auf 0,45 verringert. Auch hierfür eine kleine Definition. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art ist die Wahrscheinlichkeit des Annahmebereichs, aber bezogen auf die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit. Also, das bedeutet, wir übernehmen die zwei Bereiche wie oben. Ich schreibe sie nur ab. Diesmal interessieren wir uns hauptsächlich für den Annahmebereich. Und wir haben bereits aus der Aufgabenstellung abgelesen. Der Annahmebereich geht von 8 bis 25. Und vollständigkeitshalber trage ich jetzt hier noch unseren Ablehnungsbereich. Der war 0 bis 7. Und wir müssen jetzt die Wahrscheinlichkeit des Annahmebereichs bestimmen, aber bezogen auf die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit. Das bedeutet, in unserem Taschenrechner werden wir für P nicht mehr 0,5 wie hier oben eintippen, sondern wir werden jetzt dieser 0,45 für die Trefferwahrscheinlichkeit eintippen. Also, Ansatz lautet P von X größer gleich 8, weil wir rechnen ja von 8 bis 25. Das muss natürlich für den Taschenrechner erstmal umgeformt werden. Über den Gegenereignis haben wir 1 minus P von X kleiner gleich 7. Und wenn ich jetzt dieser P von X kleiner gleich 7 mit der neuen Trefferwahrscheinlichkeit mit 0,45 ausrechne, dann habe ich an dieser Stelle 1 minus 0,064. Und das Endergebnis ist 0,936. Also, das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art liegt bei ca. 93,6%. Und zum Schluss noch eine abiturähnliche Aufgabe. Hier ist ein bisschen mehr Text vorhanden, deshalb möchte ich euch bitten, auf Pause zu drücken, in alle Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen und die wichtigsten Informationen rauszufiltern. Geht es davon aus, dass jeder das gemacht hat, deshalb werde ich es auch ein bisschen überfliegen. Ein Glücksrad hat die drei Sektoren Blau, Gelb und Rot. Die drei zugehörigen Farben treten mit folgenden Wahrscheinlichkeiten auf. Also, für Blau haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,3, bei Gelb 0,4 und beim Rot wieder 0,3. Die Wahrscheinlichkeit, dass Gelb gedreht wird, scheint größer als 0,4 zu sein. Daher wird das Glücksrad 200 Mal gedreht und die Nullhypothese H0 mit p kleiner gleich oder höchstens 0,4 getestet. Es scheint mehr als 90 Mal Gelb, wird die Nullhypothese abgelehnt. Berechnen Sie die Irrtungswahrscheinlichkeit oder den Fehler erster Art. Und zweite Fragestellung berechnen Sie den Fehler zweiter Art, falls die Trefferwahrscheinlichkeit für Gelb tatsächlich 45% beträgt. Als nächstes werden wir natürlich aus diesem Text die wichtigsten Informationen rausschreiben. Und beim Überfliegen konnte ich herausfinden, dass das Glücksrad 200 Mal gedreht wird. Das bedeutet, dass es N für uns ist. Dann handelt es sich um die Farbe Gelb. Die Trefferwahrscheinlichkeit für Gelb ist für den Anfang 0,4 oder 40%. Und was noch gegeben ist, ist H0, die Nullhypothese. p soll höchstens 40% sein. Wenn wir H0 haben, können wir auf jeden Fall auch H1 aufstellen. H1 muss natürlich das Gegenteil von H0 behaupten. Und das erkennen wir auch anhand der Aufgabenstellung. Da steht hier, scheint größer als 0,4 zu sein. Das bedeutet, p größer als 0,4. Und dadurch wissen wir, dass wir eigentlich hier einen rechtseitigen Test haben. Ich schreibe jetzt abgekürzt R.T. Also, rechtseitiger Test. Das ist wichtig, um die zwei Bereiche festzulegen. Also den Annahme- und den Ablehnungsbereich für die H0-Hypothese. Weiterhin steht da noch, erscheint mehr als 90 mal gelb, wird die Nullhypothese abgelehnt. Das bedeutet, wenn wir jetzt für die H0, für die Nullhypothese, den Annahme- und den Ablehnungsbereich andeuten wollen, dann wissen wir, bei einem rechtseitigen Test ist der Annahmebereich auf der linken Seite und er geht anhand der Aufgabenstellung von 0 bis 90. Und wenn mehr als 90 mal gelber scheint, wird die Nullhypothese abgelehnt. Das bedeutet, ab 91 fängt sozusagen unser Ablehnungsbereich und er geht bis 200. Gut, und jetzt geht es um die erste Aufgabenstellung. Berechnen Sie die Irrtungswahrscheinlichkeit. Wir erinnern uns, die Irrtungswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit des Ablehnungsbereichs und er geht von 91 bis 200. Aus diesem Grund schreibe ich jetzt hier P von X größer gleich 91. Natürlich für den Taschenrechner müssen wir das wieder über den Gegenereignis umformen. Das ist 1 minus P von X kleiner gleich 90. Und wenn man das entsprechende Taschenrechner eintippt, dann habe ich als erstes 1 minus, der Taschenrechner hat für diesen Ausdruck 0,934 ausgegeben. Und zusammengefasst sind das dann 0,066. Kurz gesagt, die Irrtungswahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art beträgt ungefähr 6,6%. Und bezogen auf die zweite Fragestellung, wo wir den Fehler zweiter Art bestimmen sollten, müssen wir natürlich diesmal die Wahrscheinlichkeit für den Annahmebereich bestimmen, allerdings mit der neuen Trefferwahrscheinlichkeit. Also für die zweite Frage gilt die Trefferwahrscheinlichkeit jetzt 0,45. und nicht mehr 0,4. Und die Wahrscheinlichkeit des Annahmebereichs ist dann P von X kleiner gleich 90. Wir tippen natürlich alles in den Taschenrechner mit dieser neuen Trefferwahrscheinlichkeit und kriegen 0,529 raus. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 52,9%. Schlussfordernd kann man sagen, es sind leicht verdiente Punkte, wenn man einfach nur weiß, was zu tun ist. Und ich hoffe, mit diesem Tutorial könnte ich ein bisschen Licht in die Sache bringen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Diese Fehlerbetrachtung gilt für einseitige sowie für zweiseitige Tests von Binomialverteilungen. Einziger Nachteil ist, bei den zweiseitigen Tests haben wir einen zweiseitigen Ablehnungsbereich und das bedeutet gegebenenfalls manchmal ein bisschen mehr zu rechnen. Aber vom Prinzip bleiben die Sätze und die Betrachtung gleich. Und natürlich habt ihr gemerkt, das Ganze hängt zusammen mit diesen Tests. Deshalb solltet ihr natürlich auch wissen, wie man einen einseitigen oder einen zweiseitigen Signifikanztest durchführen kann. Wenn ihr noch Tutorials für zusammenhängende Themen sucht, findet ihr sie im Abspann. Vielen Dank.